Eines heißen Sommertages wollte Fritkin schwimmen gehen. Als dann ein Schwimmladen vorbeikam, kaufte er sich ein Donutschwimmreifen. Dann fuhr er mit seinem Auto los zum Schwimmbad. Dann schwamm er mit seinem Schwimmreifen im Schwimmbad durch die Gegend. Doch dann klappte er der Reifen und er flog durchs komplette Schwimmbad. Und landete mit einem lauten Klatsch im Wasser. Dann fuhr er wieder zurück zum Laden und tauschte den Reifen um.